Ich bin gerade noch mal entschuldig, dass er den Hirn getotzt hat. Ja, das kann er auch nicht. Er hatte vor uns einen Hinblick auf den Angelegen. Er hat sich nicht entschuldigt, dass er das gemacht hat. Jeder andere hätte gesagt, ich hätte es nur noch sagen können. So, aber jetzt mit Mützel! Ja! Schaut sich genau zu! Ihr habt gar nicht zu sehr angestrebt. Das bin ich, Mützel! Das bin ich, Mützel! Die Lärmung wurde einfach hoch, um gleich zu sehen. Schaut mal, hier bin ich auch. Sollt ihr mit drin was zu fallen, gibt es zu tun? Ich kann viel Applaus, um Ihnen das zu zeigen. Lassen Sie mal richtig hören, dass ihr da seht und dass ihr das hört. Was habt ihr jetzt halt? Ja, jetzt seid ihr da hoch. Können wir die Tuchel nach oben? Die Tuchel nach oben? Können wir noch zu wenig? Können wir noch hoch? Können wir noch mit der Halle da? Sie können jetzt nachquellen? Drei Stöckchen! Drei Stöckchen! Drei Stöck! Nicht Mützel! Ich kann mir vorstellen, wenn Sie ganz laut klatschen, macht der das nochmal. Jungs oder richtig? Ja! Aber das ist schon wieder die Tuchel nach oben, ne? Oh! Ja, 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 ja! Aber das ist ein Tuchel nach oben, nicht so? Tach, 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 tach! Tuchят, tach, 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 tach! So, und jetzt Achtung! 3. 2. Tänze Drei Stöck! Sie können nachbliaren. Das Graue an dem Siegpilot auf dem Siegplatz steht und der schaltet das abgestimmt aus. So, und hier jetzt! Boah, nicht! Downcrash! Da muss der Peter sogar gucken, wie man abstander hat. So, meine Damen und Herren, schön, Mann! Absolut! Absolut! Und was haben wir gesagt? Das Graue an dem Siegplatz! 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 Und jetzt möchte ich einen großen Applaus hören! Mit der Glocke an dem Siegplatz! Wir werden von Ihnen in der Stadt und ich bin mir dabei!